Exterieur Fans aufgepasst. Katalog Nummer 26, OHB Donnaroma. Zum Verkauf kommt der Reserve-Sieger Jung der WSM-Schau in Wüsting 2022. Sie kommt nicht nur aus derselben Familie wie OHB Edward Dream, der Intermediate Champion der Show der Besten 2020. Nein, sie hat auch denselben Katalog. IPE Fans, take attention. Lot Nummer 26. We are selling the Reserve Junior Champion von der WSM-Schau this year in Wüsting. Sie ist nicht nur die gleiche Familie als OHB Edward Dream, Exterieur 93, der Intermediate Champion der Show der Besten 2020. Sie hat auch die gleiche Katalog. Like her. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.